Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 27. Mai 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1201. Ein Tag nach diesem Feiertag gestern. Die ein oder der andere wird heute vielleicht Brückentag machen. Die Geek Talk Daily gibt es dennoch. Zuallererst Opera, WordPress, Ikea, Bexio, Broadcom und Todoist, Huawei und ach ja, da es schon einige von euch bemerkt haben, das Blog zum Podcast daily.geektalk.de hat ein neues Theme bekommen. Das bekommen all die Blogs, die ich aktuell unter meiner Fittich habe, in den nächsten Wochen, schrägstich ein, zwei Monaten, dann übergezogen. Es ist noch nicht ganz fertig. Da gibt es noch einiges zu optimieren. Solltet ihr das eine oder andere sehen, was euch stört und oder ihr denkt es nicht unbedingt da sein sollte oder da sein sollte und nicht ist, lasst es mich wissen. Ach ja, und endlich gibt es auch wieder die lustigen Header-Bildchen in den Beiträgen. Aber lassen wir das sehen mal. Sie sind wieder da. Wir starten, wie gesagt, mit Opera. Die bieten uns seit vielen Jahren für ihren Browser, den es auf dem Desktop, auf dem Smartphone, auf dem Tablet gibt, einen VPN-Schutz an. Den gibt es kostenlos, den kann man einfach nutzen und hat da einen einfachen und ganz wichtig No-Lock-Service im Bereich VPN. Das heisst, das kostenlose VPN wird nicht durchsucht. Das heisst, Opera verspricht, dass sie da mit euren Daten keinen Unfug treiben. Denen traue ich das zu. Und ja, jetzt gibt es was Neues obendrauf. Wer noch ein bisschen mehr Sicherheit haben möchte, bis zu 3000 verschiedene Netzwerkserver ansurfen kann auf 30 Standorten, also wo man dann auswählen kann, der kann ein bisschen was in die Waagschale legen, nämlich in digitaler Währung. Zwischen 1,99 und 5,99 sind es zumindest bei Euronen. Ich weiss, den Schweizer Frankenpreis nicht. Aber so viel muss oder darf euch das wert sein. Je nachdem, wie lange das ihr euch bindet, geht es eben runter bis 1,99. Und wenn ihr im Kurzmodus seid, sprich das mal einen Monat lang testen möchtet, liegt ihr bei 5,99. Deutlich günstiger als andere Lösungen und eben ganz wichtig, No-Lock-Service. Das finde ich sehr, sehr toll. Was das Coole daran ist, und das ist auch wieder ein bisschen unschön, es gibt es aktuell nur auf Android, auf dem Android-Smartphone. Aber das Coole daran ist, es ist nicht nur euer Browser damit geschützt, sondern dann das komplette Smartphone. Und so sollte es dann schlussendlich auch sein. Und deshalb werden wir es wahrscheinlich auch nicht so schnell unter iOS sehen. WordPress 6.0 ist die letzten Tage rausgefallen. Für all diejenigen, die von euch einen Blog betreiben, eine Webseite, eine Landingpage, eine Referenzpage, was auch immer, und dafür WordPress verwenden, schaut es euch an. Endlich ist alles mit drin, was schon seit langem drin hätte sollen sein, gewollt, tut oder wie auch immer. Full-Site-Editing ist eines dieser Stichworte. Und ja, ich habe bis jetzt mittlerweile gar keinen Blog mehr. Doch einen Blog habe ich noch, wo ich den Classic-Editor, also das Plugin dazu nutze, damit WordPress noch ausschaut, wie es früher ausgeschaut hat. Nach ein bisschen Einfuchsen hat man sich daran gewöhnt. Auch wenn noch ein paar Baustellen da sind, es funktioniert und es lädt schnell, es funktioniert schön. Ja, updatet und macht vor Backup. Ihr wisst ja, unbedingt Backup machen, denn es ist ein grosser Schritt, der da vollstatten gegangen ist. Dann gibt es Neuigkeiten von Ikea. Und nein, ihr müsst das Portman nicht öffnen, das Ganze kommt erst im Herbst. Das Ikea Dirigera. Dirigera, wenn ich es dann richtig ausspreche, was ist das? Das neue Smart Home Hub. Es wird ja schon länger gemunkelt, dass Ikea sein Trout-Free-Gateaway absägen wird. Sprich, also einfach einen neuen auf den Markt bringen wird, der mehr Produkte unterstützt, einfache Anbindung hat. Und jetzt aber, Ohren auf, Matter-Integration. Unter anderem wird mit dabei sein und da bin ich schon sehr, sehr gespannt und freue mich auf den Oktober. Bin gespannt, wie viele Währungseinheiten Ikea dafür aufgeworfen haben möchte. Und was da noch alles sonst mit drin ist. Und wie die neue Ikea Smart Home App dann sein wird. Neuigkeiten gibt es um die App oder um die Dienstleistung Bexio. Das ist ein Schweizer Anbieter für einfaches Rechnungswesen, wo man als Firma oder auch Privatperson Rechnungen stellen kann. Mit all den ganzen Dingen, die man halt so drin hat. Die wurden ja vor einem Weilchen mal von der Mobiliar übernommen. Und jetzt hat man da den AGBs ein bisschen was, in Anführungsschlusszeichen, vereinfacht. Aber das ist ein bisschen unschön, weil man zwingt alle Kunden bis mit 1. Juni. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist relativ schnell. Ich glaube, zwei Wochen hat man Vorlaufzeit, die neuen AGBs zu akzeptieren. Und wenn man nicht möchte, dass das so funktioniert, wie es da drin steht, dann muss man gehen. Und ja, bei solchen Lösungen, die dann auch noch individuelle Anbindungen teilweise haben an andere Software im Unternehmen, ist das natürlich schon heftig. Was ist neu mit drin? Ja, die Mobiliar, denen das gehört, möchte, dass die Daten, die da mit drin sind, mit Ihnen und Ihren Firmen, die zu der Mobiliar gehören, geteilt werden dürfen. Ja, kann man sagen, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, weil ja, aber wie ist das in Zukunft? Was kommt dann plötzlich? Plötzlich heisst es dann, ja, akzeptiere die neuen AGBs in zwei Wochen, übergeben wir alle Daten Facebook oder irgendwas in der Richtung. Finde ich unschön und lässt ein bisschen wanken, was da das Vertrauen in Richtung Cloud-Services anbedenkt. Martin Steiger hat da einen schönen Artikel dazu geschrieben. Link wie immer in den Shownotes mit drin auf daily.tiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Broadcom möchte VMware kaufen. So wie es ausschaut, kommt das Ganze auch durch. 61 Milliarden sind es insgesamt. Wer Aktien davon besitzt, kann entweder ein bisschen Batzerli auf das Konto haben oder Broadcom Stammaktien. Ich bin gespannt, ob es dann wirklich durchkommt. Broadcom wollte damals ja auch Qualcomm kaufen. Das war der US-Regierung dann zu heiss, weil, ja, Staatsgeschichten oder zu nahe an der nationalen Sicherheit, das ist wahrscheinlich bei VMware nicht ganz so. Meine Lieblings-To-Do-App, meine Nicht-Prokrastination-App, To-Doist, hat ein extrem schönes und praktisches, vor allem sehr praktisches Update erhalten. Was ist neu mit drin? Eine neue Ansicht eines einzelnen Tasks oder einer Taskreihe, einer Taskserie, wie auch immer man es nennen will. Alles ist grösser, besser, in einem Tab drin, ohne dass man da noch Untertabs aufmachen muss. So hätte es schon lange sein sollen. Das macht richtig Freude. Vor allem auf dem Desktop bin ich heute ganz fleissig am Arbeiten gewesen damit. Ich freue mich schon in den nächsten Tagen, wenn ich es wieder vermehrt, auf dem Smartphone zu sehen bekomme. Und bin gespannt, wie es da ausschaut und wie es da funktioniert. Aber ich denke, genauso gut und genauso praktisch. Zu guter Letzt habe ich euch noch ein Video, nachdem ich vor kurzem ein Video zu der Huawei Watch Fit 2 gebracht habe und da auf dem Blogpost und auf das Video ziemlich viele Mails etc. bekommen habe mit Fragen, was dann da der Unterschied usw. zum Vorgängermodell ist, habe ich kurz an ein zweites Video gemacht. Huawei Watch Fit vs. Huawei Watch Fit 2. Die Unterschiede, wer es interessiert, zum Nachlesen und oder als Video in den Shownotes natürlich für euch verlinkt. Ich freue mich auf das Wochenende, euch einen schönen Tag, geniesst das Wochenende und wenn ihr mögt, hören wir uns nächstes Mal wieder, wenn ihr dann möchtet. Und, habe ich schon gesagt, genau, gute Nacht miteinander oder besser gesagt, guten Start in den Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.